Hallo, ich begrüsse euch zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin unterwegs zum Treffpunkt mit Darren, YouTube-Channel Trailtracker für Geopini. Wir gehen heute auf eine kleine Home-Trail-Runde. Ich habe noch keine Ahnung, was uns erwartet. Mal schauen, wo wir durchgehen. Was aber schon mal klar ist, wir gehen mit den Bio-Bikes. Heute mal nicht E-Bikes. Ist schon geil zum Fahren, die Trails, ein bisschen anderes Verhalten. Der Appell ist halt mit dem E-Bike einfach schon viel geiler. Ja, nun, gehen wir schauen. Seid ja gesund, sagen jetzt. Bleibt dabei. Ich wünsche euch viel Spass. Peace. Nicht mit Bio-Bike, wir haben doch die E-Bike dabei. Ja, jetzt sind wir in Bauma-Bahnhof gestartet. Jetzt gehen wir hier Richtung Wolfensberg, Richtung Köch. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Immer noch mal abheilen. Aber herrlich. Ja, die Sonne. Ja, ja, bereit ist die Frage, aber... Neue Trail kann ich überhaupt nicht. Darin schleppt sich hier durch. Laub im Schatten. Man merkt, es ist Herbst. Alles, was nass ist, rutscht. Da geht die Anstellung an auf der Seite. Oh, hör mal Trockene. Wir sind hier mal trocken. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, shit! Oh, 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 oh. Und das ist hier oben gewünscht. Ah, das ist vom Race Train. Da ist es locker nicht. Da kann ich es nicht bremsen. So, jetzt sind wir vom Gehüch, Trailer ab. Auf Steg. Und von da, gehen wir Richtung Fischertal. Nachher rechts hoch, wieder ins Gehüch. Mal schauen. Jetzt sind wir vom Fischertal hier drauf. Das Gehüch. Und jetzt gehen wir nach hinten nach Peretschweil. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir nach unten. Und dann gehen wir nach vorne. Der Sportboden ist ein bisschen zugegnadet. Wir haben den Sportboden die Versorgung. die Säger gebreitet, Das sind die Sägerung. Ich bin der bessere Sägerung. Ui! Das ist ein Astrum. Wirklich, das Bike können wir spielen. Das ist gut. Ich habe ihn angehalten. Das war ein Fehler. Ich weiß nicht, ob mein Pneu überhaupt etwas hebt. Das ist geil. Oh! Hahaha! Hehehe! Hehehe! Hier sind easy, wenn sie nass sind. Aber gerade. Einfach fahren. Ja, nicht bremsen. Das ist das Wichtigste. So. Jetzt sind wir in Beretschwil. Jetzt gehen wir, glaube ich, wieder nach Bauma. Aber überblickend auf den Stoffel. Hehehe! Hehehe! Jetzt sind wir hier. Die Umfahrung. Jetzt fährt die Schweine hoch. Hier an den Golfplatz Naturschutz. Und gehen jetzt hoch auf den Stoffel. Und hinten runter auf die Bauma. Kammer. Draussen. Sonne. Geiler Wald. Frische Luft. Passt einfach. Ich weiss nicht, ob ihr auf dem Golfhof es gesehen habt. Es ist wieder viel zu dunkel. Stoffelein. Mein Problem ist, dass ich die Kaparole anhand bin. So, Bauma. Da habe ich mich aufgetragen. Was ist eine Falsin hier? Schleifend ein Falsi nichtigen. Ui, 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 ui! wo, 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 wo. Und ein Riff. Wo, wo. Wo, 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 wo. twists! Wo. Es ist auch hier wirklich viel Leid dran, die Velo zu machen lassen, es ist die Wärme verwurzeln Da kommt ein bisschen Rutschip, aber einfach ein bisschen spielen Das ist ein Stoffel, wenn man den Räumagen hat Einfach immer dran denken, alle diese Wege sind woanders weg, das heisst es kann immer So geil, wirklich, einfach geiler Tag, Home-Trails, E-Bike natürlich einen riesen Vorteil auf diesen Trails Jetzt sind wir wieder zu Bauma Ja, das war's von der heutigen Runde, richtig geil, auch wenn alles anders kommt, was ursprünglich gedacht Kein Bio-Bike, sondern E-Bike, aber richtig geil, und mit 1000 Höhenmeter oben, merkt man es am Abend auch so Inzwischen ist es schon wieder dunkel, das ist halt das Light vom Winter Aber wir haben es genossen, geiler Tag, schönes Wetter, coole Trails und einfach Spass auf dem Bike Eine richtig geile Runde, wenn ihr sie nachfahren wollt, habe ich euch den Link in die Beschreibung eingefügt Ich denke, so sollte das ohne Probleme gehen Schaut euch an, vor allem den Stoffel, der Stoffel ist einfach geil Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, vergesst, nicht den Kanal zu abonnieren und den Daumen hoch da zu lassen Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut, Peace